Musik Jo hallo Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Left 4 Dead 2 Ja wir waren hier letztes Mal in diesem Schutzraum stehen geblieben und hier geht es jetzt auch weiter Und ich such mal krass welche Waffe ich nehme Ich glaube die nehme ich 650 Muni habe ich hier und hier habe ich Wie viele Muni habe ich da wenn die voll ist Aber ich nehme die hier weil ich glaube ich bin ein bisschen besser Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus Dann noch einfach Bandszeug Ich glaube das war es jetzt Los geht's So Los zum Einkaufszentrum Das macht den Ton nochmal ein bisschen leiser Es ist jetzt wirklich ziemlich laut Hoffentlich hört man meine Stimme noch Oh jeh Oh jeh Ich stelle mich auch mal da oben drauf Aber jetzt ist schon alles weg Gut Oh das war knapp Ich glaube hier kann ich drauf schießen Oh Oh hoops Oh hoh Oh oh Puh Puh Der war jetzt wirklich richtig gut Aber wir haben ihn auch fertig gemacht Achtung Ich habe jetzt schon wieder 53 Schaden verloren Muss ich echt aufpassen dass Ich nicht noch sterbe oder so weil Ich habe ja nur ein Verbandszeug Ich glaube Das wird Noch ziemlich schwer werden Noch ziemlich schwer werden Noch ziemlich schwer werden Jetzt habe ich die bisschen verletzt Aber wenn die mir reinläuft Selber schuld Jetzt durch die Frage Ich nehme glaube die Waffe Weil da habe ich mehr Munition Puh Knapp Oh jetzt habe ich das Licht ausgemacht Wie geht denn Ah das So Okay Ich bin schon wieder Ziemlich tot Also Vielleicht war es echt Richtig leicht Also muss man schon sagen So Ja ja nicht auf dich Okay Ich laufe mal weiter Kettensäge hier Besser habe ich jetzt die Worte gewechselt Lade nach Lade nach Denkst du du kannst die auf mich ballern? Raten Paddel Okay So Über die Tonne Oh Und Lade nach Lade nach Lade 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 nach Raten Lade nach Lade nach Raten Lüßtig. Okay. Jo. Weiter geht's. In irgendeinem Haus. Oh, mal wieder Mund. Ich nehme mal die AK-47, glaube ich. Oder? Das müsste sie sein. Hm, okay. Hat sie noch irgendwas Spezielles? Naja, egal. Oh je. Jetzt schleunigt hier runter. Jetzt runter. Ich komme immer ins Mauskart. Das ist ein bisschen doof. Ich hier oben noch was? Nö. Dann gehe ich jetzt mal hier rein. Oh. Oh. Jetzt schnell wie hoch. Der Waffenladen ist gleich da vorne. Wir decken uns ein und ein weiter. Okay, da vorne kommt anscheinend ein Waffenladen. Mal schauen, ob es da noch ein bisschen bessere Waffen hat. Und wir... Wie mache ich denn das Licht an? Wir haben Müll! Hier, genau. Na, nehme ich den mal. Nö, brauche ich alles nicht. Auch nicht. Hier ist echt wenig los. Hier geht es runter zum Waffenladen. Lade nach! Möchtest was? Okay. Goldgrube. Die Rifle oder... Waffen! Hm. Waffen hier drüben! Sniper? Nein. Wir haben Waffen! Hört sich die an. Ja. Hm. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Welche gut ist und welche nicht. Aber... Ich glaube, die nehme ich. Und dann lasere ich das hier. Ah, mit Laser. Okay. Dann nehme ich mir noch den Laser-Made. Und das Verbandszeug gehört mir. Verbandszeug. Waffen hier drüben! Nee, okay, dann nicht immer. Oder welche hat mir Munition? 360 und... Waffen hier drüben! 360. Dann nehme ich die. Mit Laser. Laser-Visiere! Sprechen Sie mit dem Besitzer des Waffenladens. Hallo! Ich habe mich mit Freunden auf dem Datzer barrikadiert, aber habe leider Cola vergessen. Mein Angebot. Wenn ihr aus dem Laden rüben Cola besorgt, mache ich euch den Weg zum Einkaufszentrum frei. Ist schon klar. Versteht gut, dass du Appetit hast. Aber wenn wir dir was zu essen besorgen, dann hilfst du uns, klaro? Ich helfe euch nicht nur zum Einkaufszentrum zu kommen. Die Waffen sind auch noch gratis. Okay, dann... Gehen wir jetzt mal Cola holen für den Typ. Der hat sich da oben verbarrikadiert. Verhaltet euch oder ich hebe mein Angebot auf. Okay, dann beeile ich mich. Um euch beim Sterben zuzusehen. Oh. Ja, das klingt gut. Ach, da ist ja schon der Waffen, äh, der Laden. Ladentür öffnen. Und die Alarme lag ich an. Das heißt, jetzt kommen ganz viele Zombies, aber ich will jetzt so schnell wie möglich die Cola holen, die ich hier hinten... Und jetzt kann ich keine Waffe mehr benutzen. Und deswegen muss ich mich hier jetzt durchschlagen. Und das wird sehr, sehr schwer. Das seht ihr ja hier. Oh je. Okay. Hier liegt die Cola. Ich hab sie jetzt weggeworfen, weil es mir zu viel geworden ist. Und ich bin fast tot. Schnell. Und... Jetzt schnell rennen. Hier ist jetzt zum Clip nicht so viel. Ah nein, 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 nein. Scheiße. Wo ist die Cola? Wo ist die Cola? Schnell. Wir müssen da nach oben wieder zu dem Typ. Und ja. Hat ziemlich gut geklappt. Okay. Okay. Okay, meine Cola. Ja, ja. In den Schindern damit. So, fertig. Lade nach. Und jetzt wohin. Oh mein Gott. Ich glaub da nach hinten. Hey, komm gut hin. Oh. Ja, ich hab ein Molotow. Oh. Oh. Lade nach. Oh. Da war mal ein Tanklachstoff. Lade. Komm vor. Sei da. So. 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 ja 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 so scheint ja nicht viel los zu sein so das war es auch schon wieder von der folge ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal